Ja und die Grube ist für sie freigegeben, sie läuft an, der geht schon mal weit hinaus. Da setzt sie direkt mal eine Duftmarke, weiße Flagge gültig. Jetzt sind wir gespannt, wie weit war dieser Versuch. Da sehen wir auch noch mal den Balken, schade. 6,91 Meter, da geht ein Aufschrei durchs Stadion. Da sind wir auf jeden Fall bei einer neuen persönlichen Bestleistung, sowie der WM-Qualifikation für Budapest und das im allerersten Versuch. Das ist doch mal ein Auftakt hier in Weinheim. Was ein Sprung. Sehr, sehr, sehr schön. Da haben wir ihn noch mal in der Studie. Danke an die Regie. Also trifft das Brett gut und dann war der sehr, sehr weit. Das ist Junge und das je�ral. Das istessel. Da haben wir uns alle. Das ist succeeding.